Um 5 Uhr morgens läuft die Scanträder aus dem spanischen Hafen Bilbao aus. Ein deutsches Schiff unter der Flagge Maltas. Der polnische Schiffsingenieur Jerzy Korgut hatte kurz zuvor noch Kontakt zu seiner Frau. Er ahnte Schlimmes. Der erste Gedanke, als ich das hörte, war, dass es einfach schade ist, dass wir so wenig Zeit miteinander hatten. Die Scanträder läuft an diesem Morgen als einziges Schiff aus. Seit gestern Abend warnen die Seewetterstationen vor einem Sturm in der Veskaya. Südwest Rindstärke 9, in Böen 10 bis 11, Seegang 8 Meter und höher. Kapitän Elmar Urban lässt trotzdem den Anker lichten und meldet dem Räder in Lübeck, wir sind unterwegs. Ich verstehe das nicht, warum der Kapitän, ich kenne ihn ja, ich bin ja mit ihm gefahren, ich kenne ihn ja als an und für sich sehr zuverlässigen Mann. Und, wer wohl immer ein bisschen draufgehänger war, ja, aber dass er das Risiko so in Kauf genommen hat. Um 17.55 Uhr empfängt die englische Küstenwache auf der Frequenz 121,5 das Peilsignal eines Rettungsfloßes. Doch das Suchflugzeug der französischen Marine entdeckt nur ein leeres Floß. Es stammt von der Scanträder. Das Schiff ist verschwunden. Es muss so schnell gesunken sein, dass niemand mehr die Zeit hatte, einen Notruf abzusetzen. Der Golf von Veskaya ist an der Unglücksstelle fast 4000 Meter tief. Geschätzte Wellenhöhe zum Zeitpunkt des Unglücks 9 bis 13 Meter. Die Scanträder ist 89 Meter lang und 26 Jahre alt. Mit 2,7 Millionen Mark ist sie sehr hoch versichert. Alle zwölf Besatzungsmitglieder werden nach vergeblicher Suche für tot erklärt. Darunter sind der Kapitän Elmar Urban aus Neumünster, 42 Jahre alt. Der Steuermann Holger Clausen, Husum, 44 Jahre. Hans-Günter Kolmsee, leitender Ingenieur aus Hamburg, 52 Jahre. Yersi Korbut, zweiter Ingenieur aus Stettin, 52 Jahre. Klitrus Peres, Matrosa aus Huthikurin, Indien, 25 Jahre. Bootsmann Richard Kolowiecki, 40 Jahre. Das Telegramm war auf Englisch. Ich gab es den Kindern zu lesen, sie lernen in der Schule Englisch. Wir freuten uns und dachten, der Vater lädt uns auf das Schiff ein. Wegen einiger Vokabeln lief meine Tochter zur Nachbarin, sie kam weinend zurück. Ich glaube, der Räder ist schuld. Er hat dem Kapitän befohlen auszulaufen. Von sich aus hätte der Kapitän das nicht getan. Es ging ihm viel Geld. Ich weiß nicht, wie es sich nennt. Ich habe einen Applaus, dass er eine Sprecher hat. Es ging vor allem um Geld. Lübeck, Sitz der Räder Räder Heinrich Beutler. Sie betreibt zum Zeitpunkt des Unglücks, außer der Skanträder, acht weitere Schiffe. Dazu die Befrachtungsagentur Viking. Heinrich Beutler, Senior Chef der Räder 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 Räder. Nachdem er selbst lange Zeit als Kapitän gefahren war, kaufte er sich 1964 sein erstes Schiff und baute ein Familienunternehmen auf, an dem auch seine Frau Helga und seine beiden Söhne Henning und Heiner beteiligt sind. Kontaktaufnahme mit Heinrich Beutler. Räder Herr Beutler-Schulz. Ich hätte gerne Heinrich Beutler gesprochen. Ist der im Büro? Ein Interview will er nicht geben. Er habe lange unter dem Tod der zwölf Seeleute gelitten, sagt er. Und ich verstehe nicht, warum der Kapitän ausgelaufen ist. Ein Interview? Nein, diese Dinge gehören nicht in die Öffentlichkeit. Wir hatten außerdem mit der Skanträder überhaupt nichts zu tun. Sie gehörte der Helga-Shipping in Malta. Doch die Helga-Shipping existiert nur auf dem Papier. Laut maltesischem Handelsregister verbirgt sich hinter der Briefkastenfirma zu 99 Prozent die Hamburger SK Schifffahrt. Geschäftsführer Jesse Kulakowski und Beutlers Sohn Heiner. Ein Prozent an der Helga-Shipping gehört Heinrich Beutler selbst. Wer aber steckt hinter der SK Schifffahrt in Hamburg? Laut Handelsregister gehört sie zum Zeitpunkt des Unglücks zu 100 Prozent der Familie Beutler. Heinrich Beutler hat die Skanträder nach Malta ausgeflaggt, damit er keine Steuern und keine Sozialabgaben für die Seeleute zahlen muss. Auch ein Seegericht hat Malta nicht. Unfälle werden nicht untersucht. In Deutschland leitete das Seeamt Emden ein Verfahren ein und fällte im Sommer 1990 den Spruch, dass der Räder für die Überladung und damit möglicherweise für den Untergang des Schiffes verantwortlich seien. Doch drei Jahre später, am 1. September 1993, hebt das Bundesoberseeamt in Hamburg den Schuldspruch auf. Nach Rücksprache mit dem Verkehrsministerium in Bonn. Nach Ansicht des Oberseeamtes gilt das deutsche Seeunfalluntersuchungsgesetz nicht für deutsche Schiffe unter fremder Flagge. Bodo Schwarzenberg, Vorsitzender des Verfahrens, begründet den umstrittenen Spruch. Wir sind nicht der Weltpolizist, oder wie man das in der Politik manchmal in Bezug auf gewisse hohe Politiker anderer Länder nennt. Wir sind nicht der Weltpolizist. Wir haben das deutsche Recht durchzuführen. Und das tun wir. Und das deutsche Recht sagt, dass Schiffe oder Unfälle von Schiffen unter ausländischer Flagge nicht zu untersuchen sind. Auch nicht, wenn das Schiff von deutschem Boden aus betrieben wird. Eine weltweit einmalige Rechtskonstruktion, die den Räder aus der Verantwortung für die Sicherheit seines Schiffes entlässt. Er braucht weder in Malta noch in Deutschland eine Untersuchung zu befürchten. Die Angehörigen der toten Seeleute haben kein Recht auf Aufklärung. Spurensuche in Bilbao. Dort, wo die letzte Reise der Skanträder begann. Der Lotse Alejandro Eceita war der letzte, der die Besatzung lebend gesehen hat. Nach internationalem Seerecht hätte er kontrollieren müssen, ob das Schiff richtig beladen war. Das heißt, mit höchstens 2200 Tonnen Zement. Es war dunkel, als das Schiff auslief und die Lademarke konnte ich nicht sehen. Sie lag außerdem unterhalb der Kaimauer. Aber ein Schiff hat zwei Seiten. Ja, aber auf die andere Seite konnte ich erst recht nicht sehen. Aber als sie nach Ausfahrt von Bord gingen, da war schon so ein hoher Seger unmöglich, etwas zu erkennen. Besuch bei der Schiffsagentur Agarei. Sie wickelte die Beladung der Skanträder ab. Geschäftsführer Arate fährt ab. Ich weiß nicht, ob das Schiff überladen wurde. Das ist Sache der Gerichte. Ich habe damit nichts zu tun. Aber Sie waren verantwortlich. Nein, nein. Der Belader vielleicht oder der Lotse, fragen Sie die. Wir haben die Papiere gebracht, sonst nichts. Allein der Kapitän muss verantworten, wie viel Ladung er mitnimmt. Und stand in den Pforten, nicht. Aber der Kapitän des Bordes ist der, der mich zu nehmen muss. Ein Zeuge ist bereit zu reden. Er bestreitet, dass das Schiff nur die 2200 zugelassenen Tonnen an Bord hatte. Es waren vielmehr, genau 2363 Tonnen. Woher wissen Sie das? Ich war dabei. Jede Lastwagen mit Zement wurde genau ausgerufen. Die Zahl ist exakt. Die Zahl ist exakt. Es ist eine Zahl exakt. Wer ist für die Zahl der Anfragen? Die Zahl ist der Anfragen. Die deutsche Leiterei. Wie, wie Sie das? Ich habe den Verschriftlichen Beweis. Sie können es Ihnen zeigen. Sehen Sie mir, Herr Schiff. Das hier ist ein Telegramm der SK Schiffraus, die Agentur Arkanei vor Ankunft des Schiffes. Datum 26.01.90. Da heißt es, wegen Schlechtwetter kommt die ScanTrader mit Verspätung nach Bilbao. Deshalb muss das Schiff mit 2400 Tonnen beladen werden. Ein Befehl zur Überladung. Dieses Dokument und andere sind auch nach Deutschland. Die Dokumenten sind in Deutschland. Sie sind in Deutschland? Ja, aber wie? Ein deutscher Polizeibeamter war hier. Ein deutscher Polizeibeamter war hier. Ein deutscher Polizeibeamter ist hier in Bilbao. Ich gebe sie ihnen. Hamburg, Überseehafen. Wir finden den Beamten bei der Hamburger Wasserschutzpolizei. Er ist Experte für Unfälle von ausgeflaggten Schiffen. Oberkommissar Heiko Eickmeier bestätigt, dass er in Bilbao war. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg, die parallel zum Oberseeamt ermittelt. Anhörungen und die uns übergebenen Ladungspapiere zeigen auf, dass das Schiff tatsächlich mit mehr Ladung als das Schiff an Bord nehmen darf, Bilbao verlassen hat. Diese Beweisstücke, sind Sie auch dem Oberseeamt zur Verfügung gestellt worden, vor seinem Spruch? Ja. Doch der Vorsitzende Bodo Schwarzenberg hielt es für unnötig, die brisanten Beweisstücke den anderen Kammermitgliedern vorzulegen. Bei den Beisitzern habe ich kurz über diese Dinge berichtet, ja. Also die Beisitzer haben das nicht gelesen? Nicht im Einzelnen, sicherlich nicht. Warum nicht? Ich meine, das sind doch maßgebliche Ermittlungen gewesen. Das ist ein solches Paket in spanischer Sprache. Dann hätten wir die Verhandlungen wieder verschieben müssen, erst alles amtlich übersetzen. Ja, natürlich. Aber es geht um das Leben von zwölf Menschen. Nein, es geht darum, dass wir zunächst zu entscheiden hatten, ob diese Untersuchung durchzuführen ist oder nicht, oder weiterzuführen ist oder nicht. Und wenn das Ergebnis lautet, nein, dann ist eben die Entscheidung zu treffen, die wir getroffen haben. Und ich verstehe nicht, warum Sie solche Ergebnisse vor der Kammer dann geheim halten. Sie haben einfach, weil Sie die Übersetzungskosten sparen wollten. Oder warum? Es lohnt sich nicht, nach meiner Meinung. Trotz eindeutiger Schuldhinweise wird der Räder nicht zur Verantwortung gezogen. Und Zeugen, die zur Aussage bereit sind, sind gar nicht erst befragt worden. Im polnischen Hafen Stettin. Auf der Reparaturwerft hat gerade die Baltica festgemacht. An Bord finden wir Kapitän Marjan Konarski. Er war auch Kapitän auf der Skanträder und gibt zu, das Schiff auf Weisung des Räders ebenfalls überladen zu haben. Wie läuft denn so was praktisch ab, zum Beispiel bei Ihnen? Ruft dann Herr Beutler bei Ihnen an und sagt, laden Sie? Ja, das ist immer schon bestellt. Ich bin nach Hafen hergekommen. Der Agent kommt und sagt, es bestellt so und so viel Ladung und das musst du nehmen. Normal möchte ich sagen, nein, nehme ich nicht. Aber das möchte ich schon letzte Reise. Nein, nein, nein. Wir suchen weitere Zeugne. Auf dem Zentralfriedhof von Stettin, am Ehrenmal der auf See gebliebenen polnischen Seeleute, treffen wir Stisdaw Krawczynski. Er zeigt uns die Gedenktafel mit den Namen der polnischen Besatzungsmitglieder der Skanträder. Krawczynski wurde von Beutler gefeuert, als er sich weigerte, die Skanträder mit 300 Tonnen Zement zu überladen. Weil ich wollte nicht Schiff überlastet, ich bin von dem Schiff weggeschmissen, entlassen. Sein Entlassungsschreiber. Wir bestätigen hiermit, dass wir definitiv einen neuen Kapitän für die Skanträder waren. Nach verschiedenen Problemen mit dem Kapitän weigert er sich nun auch noch, die Ladung mitzunehmen, die wir bestellt haben. Wir haben nichts gegen einen älteren Kapitän, aber er muss will und stark sein. Ich habe das Unglück erwartet, früher oder später musste es geschehen. Er wartet, weil der Druck der Räderei so groß war, das Schiff zu überladen. Lübeck, wir entdecken Heinrich Beutler vor seinem Schiff Zemke. Wir hatten schon mal telefoniert. Wüßmann ist mein Name. Wir finden es doch wichtig, dass Sie etwas sagen zum Tod der zwölf Seeleute. Wir haben die Angehörigen befragt, wie ist denn das, wenn man das auf dem Gewissen hat? Beleidigen Sie mich nicht. Keine Stellungnahme des Räders. Herr Beutler, ich bitte um eine Stellungnahme. Sie sind ja schlimmer, als ich gedacht habe. Ich bitte um eine Stellungnahme. Herr Beutler, wie machen Sie das mit Ihrem Gewissen aus? April 1990. Zwei Monate nach dem Untergang der Scanträder geht bei Heinrich Beutler ein Telex aus Tutikorin in Südindien ein. Bitte informieren Sie mich sofort, wo mein Sohn Kletrus Pires ist, der auf der Scanträder arbeitet. Die indischen Familien sind über das Unglück nicht einmal informiert worden. In Tutikorin, bei Kletrus' Bruder. Er sagt, Beutler hat uns auf dieses Telex nie geantwortet. Kletrus hat sich für die Familie geauftragt. Er ging von der Schule ab, um schon als Jugendlicher in einer Textilfabrik zu arbeiten. Das Geld reichte nicht. Wir brauchten zum Beispiel das Brautgeld für die beiden Schwestern. Also schicken wir Kletrus zu sehen. Das war unser Fehler, eine Tragödie. Unsere Mutter war so erschüttert, dass sie krank wurde. Kletrus war ihr liebster Sohn. Nach drei Monaten starb sie vor Kummer. Sie war erst 48. Bombay. Hier geriet Kletrus Pires in die Fänge einer Bemannungsagentur, die arbeitslose Inder mit falschen Seemannspapieren ausstattet und für einen Hungerlohn an ausländische Reedereien verkauft. Wir suchen Inder Pal Singh. Seine Firma ExpressMarin hat Inder an Heinrich Beutler geliefert. Als ich von dem Unglück der Skanträder hörte, war ich traurig. Das Unglück war Gottes Willen. Ich fühlte sehr mit den Seeleuten und ihrer Familie. Sind Sie religiös? Ja, sehr gottesfürchtig, wie Sie sehen. Kletrus hat vor seinem Flug nach Deutschland diesen Vertrag unterschrieben. Dass ich bereit bin, die ersten sechs Monate auf der Skanträder ohne Lohn zu arbeiten. Dass ich nicht versuchen werde, illegal vom Schiff zu entkommen. Dass ich jedwedes Essen an Bord akzeptiere und an keinerlei Gewerkschaftsaktivitäten teilnehme. Unterzeichnet Kletrus Pires. Er hat unterschrieben, freiwillig. Er würde es bestätigen, wenn er noch lebte. Andere Seeleute, die Sie zu Beutler geschickt haben, haben die gleiche Erklärung unterschrieben und mir erzählt, dass Sie, in der Pal Singh, Sie dazu gezwungen haben. Niemand kann sie zwingen. 1.000 Dollar Kommissionen hätten sie ihn abgenommen. Absolut falsch. Wie viel denn? Nichts. Sie betreiben Sklavenhandel. Ich habe nichts damit zu tun. Pires hat sich das besorgt und unterschrieben. Das ist ein Sklavenvertrag. Schluss jetzt. Sie haben diese Leute nach Deutschland verkauft. Ich habe sie nicht verkauft. Schluss. Das sind Inder wie Sie. Inder wie Sie. Ihre Fragen taugen nichts. Wenige Straßen weiter. Hier rekrutiert Inder Pal Singh arbeitslose Männer aus der Provinz, die in Wohngemeinschaften leben und auf einen Job warten. Einer von ihnen, Antonio Fernandes. Er hat auf dem Schwesternschiff der Skanträder, der Vineta, gearbeitet. Nachdem er sich bei Beutler über Prügel durch den Kapitän beschwert hatte, wurde er kurzerhand ohne einen Pfennig Geld im Nord-Ostsee-Kanal ausgesetzt. Er hatte den gleichen Sklavenvertrag unterschrieben wie Kletrus Peres. Ich habe unterschrieben, ohne den Vertrag vorher zu lesen. Warum? Wir mussten im letzten Moment unterschreiben, kurz bevor es zum Flughafen ging. Was haben sie gesagt? Wir haben nicht geschrieben. Was hat ihn Inder Pal Singh über den Inhalt des Vertrages erzählt? Gar nichts. Er sagte, das ist euer Vertrag. Wir durften ihn nicht lesen. Keine Zeit, sagte er. Das Schiff war dann ganz in Ordnung, aber der Kapitän nicht. Er misshandelte uns. Einmal schlug er mich mit dem Kopf gegen die Tür. Fahrt nach Darawi, dem größten Slum Bombays. Wir haben von der Seeleute-Gewerkschaft erfahren, dass die Familien der indischen Seeleute die für sie abgeschlossene Lebensversicherung nicht erhalten haben. 100.000 Mark pro Familie. Das Geld habe sich Beutler in die eigene Tasche gesteckt. Abdul Ghani von der indischen Seeleute-Gewerkschaft führt uns zu den Angehörigen von Prämie Vadel, Decksmann auf der Skanträder. Prämie Vadel hat sechs Kinder hinterlassen. Die Witwe bringt die Familie mit Töpferarbeiten durch. Sie bestätigt von der Lebensversicherung, keinen Pfennig gesehen zu haben. In der Palsing sagte uns im April 1990, mach euch keine Sorgen. Der Räder schickt das Geld innerhalb von 20 Tagen. Es kam aber nie etwas. Später sagte er dann, dann musst du eben von der Gnade Gottes leben. Noch immer muss Frau Vadel die Kommission abzahlen, die der Menschenhändler ihrem Mann für die Arbeitsvermittlung abverlangt hatte. Der Sohn sagt, ich habe meinen Vater verloren. Sagen Sie dem Räder, er möge ein bisschen Geld schicken, damit ich einen Beruf erlernen kann. Zurück in Lübeck. Die Versicherungsagentur Winterthur vertraute dem Räder das Geld zur Weiterleitung an. Beutler zahlte an die deutschen Familien sofort, an die polnischen ein Jahr später und an die indischen überhaupt nicht. 400.000 Mark extra Gewinn, Zinsen nicht gerechnet. Welches Drama hat sich auf der Skanträder abgespielt? Wir wissen, das Schiff war stark überladen. Doch das allein erklärt den Untergang nicht. Die Reederei sagt, eine Megawelle habe das Schiff verschlungen. Seemannspech also, oder war die Katastrophe absehbar? Kurt Taube, Schiffsingenieur und langjähriger technischer Inspektor der Reederei Beutler. Auch ihn belastet die Erinnerung an die Skanträder. Das ging mir doch nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich hätte die Maschinen ja überholt. Ich hätte ja diese Reisen mitfahren müssen. Und ich sollte beide Maschinen, Steuerbord und Backbordmaschinen überholen, von den Hilfsdiensten. Und dass die nicht in Ordnung waren, das wusste ich. Was haben Sie denn im Einzelnen festgestellt über den technischen Zustand der Skanträder vor dem Untergang? Ja, Kompressoren. Vielleicht können Sie das mal am Bild erklären. Da habe ich ja Bilder extra gewildert gemacht von Skanträdern. Das waren Kompressoren, da waren die Stihbolzen, die waren nicht richtig fest. Also, der war nicht mehr zu reparieren. Siewasserleitungen. Da haben Sie auch Fotos gemacht? Ja, eine Siewasserleitung habe ich auch. Die waren verpackt, als würde einer jemandem Gips legen. Jetzt wollen wir Beine vergipsen oder so. Und das sind Siewasserleitungen für Kühlwasserversorgung, die absolut unmöglich ist. Wenn da Wasser rauskommt, was kann dann passieren? Sie können es versuchen zu flicken, aber wenn Sie das nachts nicht merken, und nur ist es ja so, dass die Leute nicht immer unten sind, dann können Sie ganz schnell hören, dass das vorläuft, die Maschine vorläuft, oder es auf Generator aufspritzt, oder sonst irgendwo, und dann bleibt alles stehen und es ist feierend. Sie sind ja als technischer Inspektor auch verantwortlich für den technischen Zustand der Beutlerflotte gewesen. Was haben Sie denn mit diesem Wissen gemacht? Sie haben gesehen... Ich habe das damals dem Beutler die Bilder vorgezeigt. Heinrich Beutler. Ja, richtig. Und dann sagt er, ja, das tut ich nötig, das wollen wir sehen, das machen wir nächstes Mal. Oder der kommt ja demnächst wieder her und dann wird es gemacht. Und er hat auch die Fotos gesehen. Aber gemacht wurde nie was. Der Beutler hat dieses Ganträder wissentlich mit kaputten Seeleitungen, mit Maschinen, die ständig ausgefallen sind, hier mit Kompressoren für die Belüftungsluft, wo die Bolzen kaputt waren, fahren lassen, hat sich geweigert, das reparieren zu lassen und hat den Kapitän angewiesen zu fahren. Wo waren denn diese Aussagen vorher? Wo sind Sie? Wo sind Sie beim Seeamt? Im Moment sind Sie bei uns. Warum kommen immer Leute hinterher und die wollen nie in Erscheinung drehen? Das lebe ich mein ganzes Leben. Es wird dann viel geredet. Also ich, davon habe doch nichts gehört, gesehen oder gelesen im Seeamt-Spruch. Aber Sie hätten es ja untersuchen können. Interessant, nicht? So etwas habe ich nie gesehen. Wirklich. Weder offiziell noch irgendwo in der Aktiviste nicht. Woher kommt das? Das kommt von Mitarbeitern aus der Rederei Beutler, die der Meinung sind, dass man zwölf Menschenleben nicht einfach so schnell vergessen sollte. Und warum werden diese Fotos zum Beispiel nicht beim Seeamt auf den Tisch gelegt? Also zu uns sind Sie auch nicht von selbst gekommen. Wir sind zu den Leuten hingegangen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Nö, nö, das ist nicht, so können wir es nicht machen. Zeugen sagen aus, zwei Wochen vor dem Unglück entstand bei Grundberührung ein Loch. Stündlich mussten 20 Tonnen einströmendes Wasser abgepumpt werden. Wegen der schweren See am Unglückstag versagen vermutlich die Pumpen. Das Schiff bekommt Schlagseite und dreht sich quer zu den Wellen. Durch die Schrägkonstruktion der Zementtanks liegen Ladung und damit Schwerpunkt des Schiffes sehr hoch. Durch die Überladung 220 Tonnen wird es noch instabiler. Es kentert, als es von der anrollenden See getroffen wird. Eins ist sicher, dass man aufgrund der Tatsache, dass das Verfahren nicht mehr stattgefordert hat in Hamburg, die tatsächlichen Ursachen des Schiffsunfalles wohl wert nicht ermitteln können. Es kann andere Räder natürlich dazu bewegen, ein Schiff jetzt in eine Flagge zu stellen, zum Beispiel wie in diesem Fall Malta, wenn er weiß, dieser Staat hat kein Seegericht, also keine Möglichkeit, eine Untersuchung durchzuführen. Und er weiß jetzt, wenn sein Schiff eines Tages aus welchen Gründen auch immer mal untergeht, vielleicht durch Überladung oder durch schlechten Sicherheitszustand, dass er ein Untersuchungsverfahren nicht zu erwarten hat. Es ist doch nicht so, dass alle diese Schiffe jeden Tag verunglücken. Ob das hier nur einen einzigen Fall, in vielleicht zehn Jahren mehr untersuchen oder nicht, was ändert das an der Weltgeschichte oder am Lauf dieser Dinge? Gar nichts. Freie Fahrt für Totenschiffe. Wir haben einen Tipp bekommen und fliegen nach Norwegen. Beutlers kleinstes Schiff, die Zemking, macht im Privathafen der Zementfabrik in Brevik fest. Heinrich Beutler hat die Zemking für 500.000 Mark einer Verschrottungswerft abgekauft. Sie soll Zement für Rostock laden. Am nächsten Morgen, mit dem Inspektor der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft ITF, gehen wir an Bord des Schiffes. Nils Petersen will die Gehaltslisten der Zemking überprüfen. Er informiert uns, dass die russischen und polnischen Seeleute an Bord um einen Teil ihrer Heuer betrogen werden. Sie unterschreiben Quittungen für Löhne, die sie gar nicht bekommen haben. Aus Angst davor, gefeuert zu werden. Für die vorherige Crew hat die ITF mit einer Boykottdrohung gegen das Beutlerschiff 135.000 Dollar Lohnnachzahlungen durchgesetzt. Auch die frisch angeheuerte Besatzung ist noch zu verängstigt, um sich dem ITF-Inspektor anzuvertrauen. Kapitän Lothar Frank aus Rostock lässt uns hinein. Überstunden sind laut den Abrechnungen von niemandem gemacht worden. Alle haben nach den Unterlagen des Kapitäns den internationalen gültigen Mindestlohn erhalten. Das ist von Motorman. So, wir sind in den letzten Monaten. Eine Matrose hat verdient fast 3.000 Mark. Der eine Matrose über 3.000 Mark. Und das sind die Gehälter, die sie laut ITF-Tarife bekommen haben. Laut ITF? Und wie viel haben sie in Wirklichkeit bekommen? Nee, nee, da ist es ordentlich gemessen. Auch hat jeder seine Kassenzettel unterschrieben. Aber da, nee, nee, da spiele ich nicht mit, von wegen hier kommen die Dinge. Was, äh, Sie können hier sehen, die Aussagenbelege. Das würden Sie auch beeilen. Ja, das würden wir beeilen. Hier sind die Aussagenbelege, die hat jeder unterschrieben. Nachfolge bei der Mannschaft. Doch die Leute winken ab. Alles in Ordnung. Nee, das ist nicht. Klicken Sie Ihr Geld? Ja. Ja, keine Probleme. Unter vier Augen erzählen die Seeleute uns später, dass sie nur die Hälfte der Heuer bekommen, die im Arbeitsvertrag steht. Seit zwei Monaten hätten sie überhaupt kein Geld mehr erhalten. Es sei ihnen auch verboten, mit der ITF-Gewerkschaft zu sprechen. Sie fühlen sich ohnmächtig. Klagen vor einem deutschen Gericht können sie auch nicht. Weil am Heck des Schiffes eine Belegflagge hängt. Diesmal ist es die Antigua Barbudas. Damit kein Schiff überladen ausfahren kann, muss es an der Bordwand eine Lademarke haben. Jetzt, es ist Winter, gilt der untere Strich W wie Winter. Er muss nach internationalem Recht immer über dem Wasserspiegel liegen. Wir beobachten die Beladung der Zemking vom anderen Ufer aus. Die Lademarke verschwindet. Anruf bei der Zementfabrik. Wir erfahren, Beutler hat 1100 Tonnen Zement bestellt, die auch geladen werden. 150 Tonnen zu viel, Lebensgefahr für die Mannschaft. Am nächsten Morgen um 6 Uhr legt die Zemking ab. Keine Wasserschutzpolizei, die die Lademarke kontrolliert. Im Kattegat gerät die Zemking in einen Sturm mit Windstärke 7. Nach 45 Stunden kommt das Schiff mit Verspätung in Rostock an. Obwohl sie unterwegs 5 Tonnen Treibstoff verbraucht hat, liegt die Zemking noch genauso tief im Wasser wie in Breivik. Der Grund, durch undichte Schotten und Lupen, ist überall Wasser eingedrungen. Nach schlafloser Überfahrt beginnt für die Leute in 2 Stunden die nächste Schicht. Zement löschen. Im Maschinenraum. Kaum hat die Zemking angelegt, fallen die Generatoren aus. Blackout. Stillstand. Weil der Treibstoff zu Ende ist. Verrostete Ventile, undichte, leckende Leitung. Wie auf der Skanträder. Bei der Besatzung heißt die Zemking schwimmender Sarg. Einer der beiden Hauptgeneratoren ist durchgebrannt. Die lebensnotwendigen Ballasttanks können nicht benutzt werden, weil sie undicht sind. Aber die Sicherheitspapiere des Schiffes sind in Ordnung. In der gleichen Nacht treffen wir einen Seemann. Er sagt aus. Wir sind mit nur 5 Tonnen Treibstoff ausgelaufen. Wegen der Verspätung wollte Kapitän Frank Kopenhagen anlaufen, um Treibstoff zu bunkern. Henning Beutler hat ihm das am Telefon verboten. Er sagte, zu teuer. Sie müssen so durchkommen. Kapitän Frank hat gehorcht. Heutzutage sind wir mit dem Treibstoff gerade noch ausgekommen. Ein Blackout vorher. Und wir wären die zweite Skanträder gewesen. Die letzte Reise der Skanträder. Das Schiff war alt, überlastet und technisch defekt. Dazu das Loch im Rumpf durch das ständig Wasser eindrang. Doch selbst wenn das Schiff deswegen Schlagseite hatte und sich quer zur anrollenden See legte, hätte Kapitän Urban über Funk noch Hilfe anfordern können. Warum sank das Schiff so schnell? Warum hatte es keine Chance? Urban galt als erfahren, aber vom Räder abhängig. Denn der ließ ihn mit einem gekauften panamesischen Patent für große Fahrt arbeiten. Dann schickte ihm die Reederei eine Woche vor dem Untergang auch noch einen sehuntauglichen Steuermann an Bord, Holger Clausen. Ihm war das Patent entzogen worden, weil er psychisch schwer krank war. Mit Hilfe von Schiffsexperten entdecken wir den tödlichen Fehler. Wegen der besonderen Konstruktion der Scan-Trader, hoher Schwerpunkt durch hohe Ladung, müssen die Tanks 3 und 4 immer mit Ballastwasser gefüllt werden, damit das Schiff bei Seegang von der Seite nicht kentert. Doch Kapitän Urban fuhr ohne Stabilitätsballast und lud stattdessen 220 Tonnen Zement zusätzlich. Im Querschnitt mit Ballast liegt das Schiff relativ stabil im Wasser. Ohne Ballast und mit Überladung kentert es schon bei einem Neigungswinkel zwischen 20 und 25 Grad. Damit hatte die Scan-Trader keine Chance. Der Untergang war programmiert. Wenn überladen ist, das ist ein Faktor. Und wenn er erstmal überladen und dann Maschine ausfällt und Blackout ist, das geht ja von einer Minute. Da hat keiner eine Chance, überhaupt rauszukommen. Denn bis sie merken, dass wenn ein Schiff erstmal zu weit überholt und man den Schreck kriegt, dass man dann raus will, dann ist es schon zu spät. Denn man kommt nicht mehr raus. Man schafft das nicht mehr, denn die Rollperioden werden ja immer kürzer. Und er hat ja die dritte Rollperiode, dann kippt er um. Und wenn sie zwei Rollperioden haben und in dem Moment bei der ersten Rollperiode denken sie, ach, das ist ja auch nicht so schlimm, der kommt ja wieder zurück. Na gut, jetzt hat er aber kräftig übergeholt. Und dann merken sie, dass er bei der zweiten Rollperiode schon schlimmer wird und dann kriegen sie Angst, dann wollen sie nach oben laufen, aber das schaffen sie nicht mehr. Denn sie haben ja schon Mühe und Not, überhaupt aus dem Bett rauszukommen, aus der Kuh überhaupt rauszukommen und sich irgendwo festzuhalten. Und wenn dann noch Licht ausfällt, das ist überhaupt keine Chance. Das ist überhaupt keine Möglichkeit mehr rauszukommen. Die Sicherheitspapiere der Scanträder. Darin ist der Gebrauch von Stabilitätswasser zwingend vorgeschrieben. Warum hat Kapitän Urban dies missachtet? Oder hatte er, wie ein Mitarbeiter Beutlers vermutet, gefälschte Papiere an Bord und ist deshalb ahnungslos in den Tod gefahren? Die möglichen Zeugen sind tot, außer einem. Wir finden ihn in Stettin. Es ist der polnische Steuermann, der die Scanträder eine Woche vor ihrem Untergang verließ. Als erster Offizier war er auch für die Belagung verantwortlich. Aus Angst um seinen neuen Arbeitsplatz will er unerkannt bleiben. Wir haben das Gespräch mit den Originalaussagen nachgestellt. Alle hatten Angst vor dem Schiff. Wir trauten ihm nicht. Es war sehr instabil und wir wussten nicht, warum. Haben Sie Ballastwasser genommen, um die Stabilität zu verbessern? Bei beladenem Schiff? Nein, bei keiner Reise. Aber die Dokumente, die Stabilitätsdokumente schreiben das vor. Das ist mir neu. Davon wusste ich nichts. Ja, dort sind sie. Diese Dokumente habe ich nie gesehen. Sie waren nicht an Bord. Sie sind also ohne Stabilitätsunterlagen gefahren? Nein, aber meine waren anders, mit anderen Zahlen und Stabilitätsvorgaben. Auch der Satz, dass 220 Tonnen Stabilitätsballast vorgeschrieben sind, fehlte. Davon wusste ich nichts. Sie hatten also falsche Papiere an Bord? Ja, das kann man so sagen. Wir legen die Stabilitätsdokumente auch den ehemaligen Kapitänen der Skanträder vor. Auch die Kapitäne Kravczynski und Bonk fuhren mit falschen Papieren, die sie von der Reederei erhalten hatten. Schockiert über die Täuschung wollen beide auch vor Gericht aussagen. Offensichtlich wurde Kapitän Urban mit falschen Papieren über das Kenterverhalten des Schiffes getäuscht, damit er ohne Angst mehr Ladung mitnahm. Für die Reederei brachte das pro Reise einen Mehrgewinn von ungefähr 10.000 Mark. Der Tod der Besatzung war dabei einkalkuliert. Hat Heinrich Beutler auch den Befehl zum Auslaufen gegeben? Kapitän Urban musste jeden Tag in der Reederei anrufen. Heinrich Beutler und sein Sohn Heiner behaupten jetzt, niemand habe in den Tagen vor Auslaufen des Schiffes mit Urban gesprochen. Er ganz allein habe entschieden auszulaufen. Die Atmosphäre an Bord war schlicht. Vor allem bei mir und Kapitän Urban lag in die Nerven lang. Immer auf der Brücke, immer unter Druck. Kaum hatten wir geladen, schrallen die Reederei mit Telefonen, los, fahrt, los, keine Zeit verlieren. Egal wie das Wetter war. Hat Urban gehorcht? Nie, nie zawsze. Wenn das Wetter zu schlecht war, ist er vorangelegen. Naja, ein paar Mal ist er dann doch gefahren. Co-prawda, często kluciłem się z Urbanem, aber eigentlich war er ein erfahrer und vernünftiger Kapitän, der unser Leben nicht einfach aus Stil zetzt. Er war doświadczony i rozsądne. Aber in Bilbao ist er losgefahren, trotz Orkan und trotz Überladung. Ja, das begreife ich auch nicht. Er muss von der Reederei unter enormen Druck gesetzt worden sein. Ja, und so genauso kann ich mir auch vorstellen, dass Sie nur zu Urban gesagt haben, ja, Sie sind für den und den Tag in England vorbestellt und da müssen Sie da sein. Ja, das Schiff hatte ja schon Verspätung bei der Ankunft in Bilbao von drei Tagen. Ja, richtig. Und genauso ist es Sam King ja auch. Wurde ja Sam King da auch gesagt, Sie haben Verspätung, es ist alles bestem. Wissen Sie eigentlich, was das für Geld kostet? Das wurde dem auch gesagt, dem Kapitän. Und so wird ein Kapitän unter Druck gesetzt. Aber wenn so ein Räder hört dann von dem Kapitän, er sagt, es wird Windstecke 12 erwartet, das ist zu gefährlich. Dann muss doch der Räder so vernünftig sein und sagen, na, dann warten wir ab, bis sich das geliefert. Es ist, ich würde Ihnen die Aussage sagen, was Henning zu nehmen gesagt hat. Henning Beul. Es ist komisch, hier ist nichts und es ist komisch, wir haben andere Schiffe laufen, die haben kein Schlechtwetter, nur sie haben Schlechtwetter. Ja, das wurde zum Kapitän gesagt. Andere Schiffe fahren und dem ist nichts, die sagen nichts, die haben kein Schlechtwetter, nur sie haben Schlechtwetter. Wie kommt das? Ja, der hat gesagt, dann müssen wir mal die Wetter nachrichten. Die habe ich gehört. Und hier in Lübeck ist nichts. Ja, das ist passiert. Kann der Kapitän sagen, ich bin verantwortlich für das Leben von zwölf Menschen und ich fahre nicht. Das kann er sagen, ja. Das kann er sagen, natürlich. Aber die meisten sagen es nicht. Die meisten sitzen doch so unter Druck und dann heißt das ja, dann überlegen sie, wenn einer, gerade so ein Räder zu Ihnen sagt, ja, andere Schiffe fahren doch, wieso fahren Sie da nicht? Dann sagt er sich, verdammt nochmal, bin ich nur Kapitän oder bin ich? Also fahre ich doch. Und dann bin ich mit dem Sack rausgelaufen. Letzter Gesprächsversuch. Herr Beutler, Sie haben es gewusst, dass dieses Schiff kaputt ist, dass es schwere technische Schäden hat. Sie können sich dem nicht einfach hinziehen. Sie sind ja schlimmer als die Polizei erlaubt. Sie haben zwölf Menschen auf dem Gewissen. Sie sind ein ganz großes Arschlauch. Sie würden irgendetwas anhängen, was Sie wollen. Ich habe Ihnen angeboten, dass wir ruhig darüber reden, Herr Beutler. Die Skanträder ist kein Einzelfall. Mehr toten Schiffe denn je fahren über die Meere. In den vergangenen zehn Jahren ertranken bei Schiffsunglücken 10.000 Seeleute. Die meisten davon fuhren auf Schiffen unter Billigflagge. Schiffe wie die Skanträder. Die Recherchen zu diesem Film haben dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg Heinrich Beutler, seinen Sohn Heiner und seinen ehemaligen Partner Jerzy Kulakowski anklagen will. Die Anklage soll lauten, Mord in zwölf Fällen. Die Anklage soll eine erregionbung, erregioniert. Die Zürf ist ein bisschen erregioniert. Die Zürf ist ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020